Ja, vielen lieben Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal kann man ja sagen, dass die Antwort auf die Große Anfrage keinen wirklichen Anlass zur Panik im Bereich der grenzüberschreitenden Kriminalitätsentwicklung gibt. Zitat aus der Antwort, Seite 18, ein unmittelbarer Zusammenhang der Fallzahlentwicklung der Gesamtkriminalität und der grenzüberschreitenden Kriminalität mit dem Inkrafttreten der Schengener Durchführungsübereinkommen im Jahr 1995 ist nicht festzustellen. Es wurde schon viel gesagt, ich möchte aber dennoch dann auf ein paar andere Sachen eingehen, die uns wichtig erscheinen. Ein wichtiges Thema, Herr Lübck hat es ebenfalls schon genannt, tatsächlich, Menschenhandel. Die Zahlen sind offenkundig rückläufig, allerdings dürfen wir uns von diesen Zahlen nicht täuschen lassen, denn ein Rückgang der Fallzahlen bedeutet nicht, dass hier auch tatsächlich ein Rückgang der Kriminalität zu verzeichnen ist, sondern dass sich die betroffenen Frauen und Mädchen immer nur weniger trauen, sich der Polizei anzuvertrauen. Wir hatten dazu hier einen Antrag von der Piratenfraktion, wir hatten dazu auch eine Anhörung. Uns erscheint es wichtig, dass wir dann auch wirklich ein Bleiberecht für die Opfer von sexueller Ausbeutung haben, und zwar unabhängig von ihrer Aussagebereitschaft, damit sich diese Frauen auch endlich anvertrauen können, ohne Angst vor Verfolgung haben zu müssen im Heimatland. Interessant fand ich auch, dass die Landesregierung nicht auf die Problematik von posttraumatischen Belastungsstörungen bei Polizisten, die sich im Ausland befunden haben, eingegangen ist in ihre Antwort auf die Frage 33, sind sie ja eher an der kurzen Leine. Familienfeste sind da schön und gut, aber wie sieht es aus, wenn die Beamten aufgrund ihrer Diagnose nicht mehr arbeiten können? Sind die Beamten vorher ausführlich über dieses Risiko informiert worden? Werden die Beamten dann im Zweifel einfach nur dienstunfähig, oder kann man das zumindest als qualifizierten Dienstunfall bewerten? Auch die Nachsorge scheint aus meiner Sicht völlig unzureichen. Zwar gibt es ein Nachbereitungsseminar, aber wann findet das statt, wie lange dauert das? Insbesondere im Hinblick darauf, dass PTBS auch erst Jahre später auftreten kann und die PTBS schon per Definition voraussetzt, dass sie mindestens sechs Monate angehalten haben muss. Auch die polizeiliche Seelsorge ist nicht verkehrt, aber eine PTBS ist eine psychische Erkrankung. Da brauche ich keinen Pfarrer, sondern einen qualifizierten Therapeuten. Wird den Betroffenen zum Beispiel bei der Suche nach einem Therapeuten geholfen, oder werden sie mit den Problemen allein im Regen stehen gelassen? Keine Antworten auf all diese Fragen. In der Bundeswehr hat dieses Thema in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Ich denke, auch bei der Polizei hier in NRW gibt es dahingehend noch einigen Regelungs- und Diskussionsbedarf. Der Prozess der Europäisierung der Polizeiarbeit findet seit zwei Jahrzehnten statt. Dabei wurden und werden durch die Mitgliedstaaten über die Jahre immer mehr Felder vergemeinschaftet. Europol wurde zunächst als Stelle für die Koordination und den Informationsaustausch aufgebaut. Die Informationen sollen dort zusammengetragen werden und mit Hilfe von Europols Datenbank von den jeweiligen Behörden in die Länder abgefragt werden können. Die Behörden zeigen sich bei der Befüllung der Datenbanken mit Informationen allerdings eher zurückhaltend, da das Vertrauen zwischen den Ländern teils gering ist. Und man will die Informationen natürlich nur mit Vertrauten teilen. Es gibt beispielsweise viele wissenschaftliche Publikationen, in denen sehr offen über das Problem einiger osteuropäischen Polizeien und sonstigen Diensten geschrieben wird, die zum Teil sehr massiv von russischen Geheimdiensten unterwandert sind. Und wenn wir uns jetzt mal unsere aktuelle BND-Affäre anschauen, dann bestehen derartige Probleme ja offenkundig auch bei uns und nicht nur bei den anderen. Um seine Daseinsberechtigung zu haben, will Europol zum Beispiel aktuell mehr Kompetenzen erhalten. Sie bringen sich zum Beispiel gerade im Bereich der Internetüberwachung auf Position. Zusammenarbeit schön und gut, aber nur wenn sie sich auch bewährt. Es sollen nicht ständig Kompetenzen auf die EU übertragen werden, die in Deutschland im Übrigen nur schwerlich umzusetzen wären. Bevor die Zusammenarbeit gestärkt wird, müssen zunächst noch einige Punkte aus unserer Sicht erfüllt werden. Wir können gerne über eine Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Behörden der EU-Länder reden. Da spricht aus unserer Sicht im Grunde nach erstmal nichts gegen, wenn man darüber debattiert. Aber Europol und ausländische Büros dürfen nicht dazu dienen, beispielsweise das Trennungsgebot zwischen Polizeien und Geheimdiensten einfach zu umgehen. Deutschland hat eine strikte Trennung zwischen den Diensten. Die anderen EU-Länder gehen nicht so weit. Es wurde in der Vergangenheit immer wieder bemerkt, dass ausländische Kontakte genutzt wurden, um Informationen zu erhalten, die Polizei und Geheimdienste in Deutschland nicht direkt teilen dürfen und um damit eben dieses Trennungsgebot umgehen zu können. Europäisierung der Polizeiarbeit darf nicht heißen, dass deutsche Gesetze ausgehebelt werden. Weiterhin, eine Zusammenarbeit der Polizeien darf nur mit einer starken Datenschutzgrundlage geschehen. Der Entwurf für eine Datenschutzrichtlinie für den Polizei- und Justizbereich muss gestärkt und unterstützt werden. Und da spreche ich insbesondere die CDU an, die ja auch gerne das möchte, eine Zusammenarbeit. Aber sie sind es, die diese Richtlinie ständig blockieren. Die europäische Zusammenarbeit wird zunehmen und damit der Datenaustausch. Auf EU-Ebene wird gerade das Datenschutzpaket diskutiert, zudem auch eine Lichtlinie für den Polizei- und Justizbereich. Die Richtlinie wurde bislang zu stiefmütterlich behandelt. Die Mitgliedstaaten verwehren sich der hohen Datenschutzregeln. Das müssen wir ändern. Vielen Dank.